Wunderschöne, gute Morgen und Dobre Urtor und zwar bin ich heute auf ein Café und ich möchte mich ganz ganz herzlich bei euch bedanken für 700 Abonnenten, ich habe mich riesig gefreut, vor allem sind wir oder bin ich jetzt dem Tausender ein Stückchen näher gekommen, dann kann ich nämlich endlich mal diese Livestreams machen mit euch durch die Städte oder am Strand lang gehen oder euch einfach nur ins Auto vorne reinstellen und mal die Wege finden. und so weiter, also ich freue mich riesig, ganz ganz lieben Dank an jeden Einzelnen von euch und bitte 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 die, die den Kanal noch nicht abonniert haben, tut mir bitte den Gefallen und klickt auf den Abo-Button und abonniert meinen Kanal, ganz ganz lieben Dank dafür, heute geht es wieder los, es ist jetzt Freitagmorgen und heute Mittag, sobald die Kinder fertig sind mit Schule und Kindergarten, fangen wir wieder los, diesmal vom Meer weg Richtung Sagrem, ich werde euch berichten und diesmal möchte ich euch auch vom Hotel aus gerne berichten, weil ich finde, dass ich diesmal ein tolles Schnäppchen gemacht habe, gut wir sind außerhalb der Saison, mit Mitte November fast sind wir natürlich draußen aus der Saison, aber für das, was es verspricht, finde ich den Preis optimal, da werde ich euch spätestens morgen berichten und am Sonntag habe ich für euch nochmal einen Zusammenschnitt aus Kutschfahrt, Busfahrt und Fußweg aus Wien zusammengestellt, aus der Innenstadt, ganz ganz schön geworden, wie ich finde, und schaut euch dann mal, schaut das mal rein, schaut dort mal rein, Entschuldigung und wie gesagt, morgen berichte ich dann spätestens aus dem Hotel, was wir gebucht haben und werde euch dann berichten, was es gibt, zu welchem Preis. Bis dahin, erstmal einen wunderschönen Start ans Wochenende für euch, ciao!